Es reicht! Es reicht! Ja, man wird älter, okay. Ist halt so. Man wird auch blad, aber das liegt auch daran, weil man in unserer Gesellschaft ständig desamiliert wird. Ja, wenn du mal abnehmen willst, das akzeptiert keiner. Ich weiß, du nimmst ab, ich hab trotzdem für dich nur ein kleines Stück an Dr. Lechtheit. Oder isst heute Morgen nix. Und du bist nicht ganz dein, sagt dieser Schmuck. Österreich ist ein Wirtshaus. Du kannst auch mal, du kannst dir mal einen Tag nix rassen. Und dann kommt sie von der Gesellsfahrt. Ich singt was. Hätten sie schlecht gesagt? Ja. Einen Tag mal nix trinken. Und da die größte Lüge. Ich schau's dir bei aus und Glaser. Wir Glaser gehen nicht von zuhause weg. Hci êtes wirklich. Halt selber. Halt selber. Halt selber. Lдержbistacks großartig.